Am Ende sind dann drei übrig geblieben, auch hier. Er ist so ruhig hier auf der Seite, ihr dürft schon ein bisschen mitmachen, Lili Tomala, LG Oberg Friedberg-Fauerbach, führt das Ganze hier an. Die anderen beiden sind da etwas jünger auch und Lili Tomala jetzt gleich an der vorletzten Hürde, auch in der Kurve nochmal anfeuern. Ah, da hat sie ein paar Probleme, jetzt nochmal die letzte Hürde aggressiv angehen, die nimmt sie auch und gehen dann durchs Ziel mit etwa 47,7 so in diesem Bereich.